Heißer Mutmacher, sexy nasse Hose als Ansporn Bislang hatte Anna nicht gewagt, ihrem Freund Marco von der Leidenschaft für das lustvolle Einpinkeln zu erzählen. Dieses ändert sich schlagartig, als sie miterlebt, wie er die Kontrolle über seine Blase verliert und sich die Jeans komplett nass macht. Ihre Erregung flammt auf und damit der Mut, endlich ihren Fetisch zu beichten. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de